Das Thalia-Theater ist eines der drei Hamburger Staatstheater. Das große Haus am Altstator in der Hamburger Altstadt fasst ca. 1000 Zuschauer. Das Repertoire umfasst etwa 20 Produktionen, die täglich wechselnd oder in Blöcken gespielt werden. Pro Spielzeit gibt es ca. 9 Premieren im großen Haus. Dazu kommen etwa 6 Premieren im Thalia in der Gaustraße in Altona. Geschichte. Das alte Gebäude des Thalia-Theaters wurde von den Architekten Franz Georg Stammern und Auguste de Meuron konzipiert und 1843 errichtet. Dieser Bau stand dem heutigen Bau gegenüber. Am 9. November 1843 gründete Sherry Mauritze mit der Theaterlizenz der verstorbenen Witwen Handje das Thalia-Theater. Als Namen wählte sich Schwarzenberger Thalia. Die Muse der komischen Dichtung und Unterhaltungskunst des weiteren ist Thalia aber auch eine der drei Grazien. 1894 erwarb Bernhard Poligny das Theater, seine Erben wandelten es 1907 in eine GmbH um. Unter der Leitung des Regisseurs Leopold Jesner wurde 1912 der Neubau am Pferdemarkt, heute Gerhard Hauptmannplatz, mit 1300 Plätzen eröffnet. 1927 war der weltberühmte Schauspieler Peter Lorrain Schauspieler am Theater. Der Direktion von Hermann Röbeling, der seit 1915 im Amt war, folgte 1932 Erich Ziegel. Von 1934 bis 1942 übernahm Paul Mundorfer die Leitung des Hauses, bis 1936 gemeinsam mit Erich Kühn, danach zusammen mit Ernst Leudesdorf. Im Jahre 1937 wurde das Thalia-Theater verstaatlicht. Von 1942 bis 1945 hatte Robert Main die Leitung des Hauses inne. 1945 wurde es durch Bombenangriffe zerstört. Eine provisorische Wiedereröffnung mit Was ihr wollt von William Shakespeare erfolgte 1946 unter der Intendanz von Willie Mertens. Unter Mertens Leitung erfolgte am 3. Dezember 1960 auch die Eröffnung des restaurierten Hauses mit dem Stück Die heilige Johanna von George Bernard Shaw. Die Innenausstattung des Architekten Werner Kallmorgen gilt als hervorragendes Beispiel der Nachkriegsmoderne. Auf die Intendanz von Kurt Dreck folgte Boy Gobert. Unter seiner Leitung öffnete sich das Thalia dem zeitgenössischen Regie-Theater. Robert holte Regisseure wie Peter Zadek, Hans Neuenfels und Jürgen Flimm und die Theaterfotografin Rosemarie Klausen. 1972 wurde mit dem Tick-Thalia in der Kunsthalle eine zweite Spielstätte eröffnet. Von 1980 bis 1985 war Peter Striebeck Intendant. Es folgte Jürgen Flimm, der das Haus 15 Jahre lang erfolgreich leitete. Das Thalia war und ist noch das wirtschaftlich erfolgreichste staatliche Sprechtheater Deutschlands. Im Sommer 2000 übernahm Ulrich Kuhn das Thalia-Theater. Unter dessen Leitung es in den Jahren 2003 und 2007 in der Jahresumfrage der Zeitschrift Theater heute zum Theater des Jahres gewählt wurde. Er engagierte so namhafte Regisseure wie Andreas Kriegenburg, Michael Thalheimer, Stefan Kimmich, Martin Kusisch, Jürgen Kruse und Thomas Pandur. Auf dem Spielplan stehen zum einen Klassiker und moderne Klassiker von Autoren wie Shakespeare, Schiller, Wedikind, Molnar, Ibsen und Schnitzler. Zum anderen werden Stücke zeitgenössischer Autoren wie De Ealo, Gesine Dankwart, Conor McPherson, Moritz Renke, Fritz Kater, Lukas Beerfuß oder John Fosse gezeigt und zur Uraufführung gebracht. Am Thalia-Theater haben Regisseure wie Peter Sellers, Ruth Berghaus, Robert Wilson, Thomas Pandur und Andreas Kriegenburg gearbeitet. Weltweiten Erfolg hatte Robert Wilson mit seinen Musicals The Black Rider und Alice Beide in Zusammenarbeit mit Tom Waits und mit Time Marocca und Poetry, die in Zusammenarbeit mit Lou Reed entstanden. Der slowenische Regisseur Thomas Pandur inszenierte in den Spielzeiten 2000-2001 und 2001-2002 die Trilogie Inferno, Purgatorio, Paradiso nach Dantes La Divina Comedia, die von Kolumbien bis Korea zu sehen war. Im Juli 2000 wurde das Dick als zweite Bühne geschlossen. Im November 2000 wurde das Thalia in der Gaustraße eröffnet, eine neue Studiobühne in Hamburg-Altona mit 200 Plätzen und einer variablen Bühne. In wenigen Jahren avancierte dieser Spielort zu einer der ersten Adressen für zeitgenössisches Theater. Seit dem Beginn der Spielzeit 2009-2010 ist Joachim Lux, zuvor Chefdramaturg am Wiener Burgtheater, Intendant des Thalia-Theaters. Das künstlerische Profil des Spielplans bestimmen entschiedene Regie-Handschriften, die kontinuierliche Zusammenarbeit mit internationalen Künstlern, Regisseuren und Autoren sowie ein starkes Ensemble. Es inszenieren regelmäßig namhafte Künstler wie L.U.K. Perceval, Nikolas Stehmann, Dimitta Goschew, Stefan Pucher, Jan Bosse, Anto Romero Nuns und Jette Steckel. Das Programm vereint neue Stoffe, Themen und Uraufführungen sowie antike Stücke und moderne Klassiker, die sich mit Themen wie der Suche nach innerer und äußerer Heimat und nach kultureller Identität beschäftigen. Seit 2010 bestreitet das zweiwöchige Theaterfestival um alles in der Welt Lessingtage jeweils ab Ende Januar bis Anfang Februar mit vielen internationalen Gastspielen auf sämtlichen Bühnen des Thalia-Theaters und an weiteren Orten der Stadt den Thalia-Spielplan. Das internationale Festival beschäftigt sich ausgehend von Lessings aufklärerischen Gedanken mit interkulturellen Themen und hat Jahr für Jahr immer neue Schwerpunkte. Schnell konnte sich das Festival in der Hamburger Kulturlandschaft etablieren. Bisher konnten mehrere Inszenierungen der Ära Lux große Erfolge feiern. So wurde die Inszenierung von »Die Kontrakte des Kaufmanns«, eine Wirtschaftskomödie von Elfriede Jelinek in der Regie von Nicolas Stemann 2010 zum Berliner Theatertreffen eingeladen. 2012 wurde »Fausti plus 2« ebenfalls in der Regie von Nicolas Stemann von den Berliner Festspielen geehrt. So wie 2013 die Produktion »Jeder stirbt für sich allein« nach dem Roman von Hans Fallada in der Regie von Eluka Pertschewall. Weitere Auszeichnungen »Jeder stirbt für sich allein« Berliner Theatertreffen 2013 Fausti plus 2 Berliner Theatertreffen 2012 Fausti plus 3 Theater heute Inszenierung des Jahres 2012 Immer noch Sturm Deutschsprachiges Stück des Jahres 2012 Theater heute Immer noch Sturm Müllheimer Dramatikerpreis 2012 Peter Handke Wiener Theaterpreis »Nestreu« für »Immer noch Sturm« als bestes Stück ausgezeichnet Sebastian Rudolf Schauspieler des Jahres 2012 Jens Harzer Schauspieler des Jahres 2011 »Die Kontrakte des Kaufmanns« Eine Wirtschaftskomödie Berliner Theatertreffen 2010 Gastspiele Das Talia Theater war mit seinen Produktionen auf Gastspielreise in ganz Europa, New York, Hongkong, Bogota und Rio de Janeiro, zuletzt in Shanghai und Peking sowie beim Budapester Frühlingsfestival und beim Festival da Vinyong. Eine Reihe von Fernsehaufzeichnungen und Einladungen zum Berliner Theatertreffen oder den Wiener Festwochen belegen den Erfolg des Theaters über viele Jahre hinweg. Weitere Projekte Talia International begrüßt Menschen mit Zuwanderungsbiografien und deren deutsche Freunde mindestens einmal im Monat zu Einführungen und Nachgesprächen von Stücken mit Dramatiken. Das Talia Theater will sich in der Stadt mit interkulturellen Institutionen, die den Hamburgern und Hamburgerinnen mit Zuwanderungsgeschichte bekannt sind, vernetzen. Außerdem bietet das Talia Theater einmal ein Stück aus seinem Repertoire mit englischen Übertiteln an. Talia Pfadfinder richtet sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 30 Jahren mit Migrationshintergrund, die das Theater als Ort der Debatten um Gesellschaft, Demokratie und Werte entdecken sollen. Es werden Theaterworkshops zu ausgewählten Inszenierungen angeboten. Außerdem reflektieren die Teilnehmer während der Lessing-Tage das Festival Tages aktuell auf der Talia Homepage in einem Lessing-Tagebuch online.